Ich möchte gleich mal, bevor ich viel sage, mit einem Bibelfers starten, der so das Ganze, ja, über dem Ganzen so steht, über was ich heute predigen möchte und nächste Woche. Genau, da steht im 1. Timotheus 4,1 und da steht, der Geist aber sagt ausdrücklich, dass in späteren Zeiten etliche vom Glauben abfallen und sich irreführenden Geistern und Lehren der Dämonen zuwenden werden. Genau, also was steht hier in diesem Vers? Dass der Heilige Geist uns warnt davor, dass in der letzten Zeit speziell auch Geister es darauf angelegt haben, Menschen vom Glauben abzuhalten, beziehungsweise zum Glauben zu kommen, dass sie zum Glauben kommen. Dass es Geister und Dämonen sind und dass es irreführende Geister sind und dass sie auch Lehren haben, ja, dass es von ihnen eben auch Lehren gibt und deshalb ist es, ja, vielleicht auch so eine zweiteilige Serie, weil wenn man sich da damit beschäftigt, beziehungsweise als ich mich da damit beschäftigt habe, ist mir aufgefallen, dass es so viele Geister gibt in der Bibel und aber auf den ich heute eingehen möchte und das hat auch einen ganz speziellen Grund, weil ich denke, dass das ein Geist ist, der gerade extrem am Wirken ist und spürbar ist, ist eben der religiöse Geist und wir werden jetzt in der Bibel nicht diesen Begriff religiöser Geist finden, ja, das sage ich gleich mal vorab, aber es gibt eben so Kennzeichen und wir brauchen irgendwie einen Namen da dafür, dass wir wissen, um was es geht, ja, oder, ja, wo wir auch darauf achten müssen. Denn es gibt noch eine Bibelstelle, das steht in Offenbarung 16, 14, Es sind nämlich dämonische Geister, die Zeichen tun und ausgehen zu den Königen der Erde und des ganzen Erdkreises, um sie zum Kampf zu versammeln an jenem großen Tag Gottes des Allmächtigen. Also das ist nochmal so eine Parallelstelle zu dem anderen Vers, was ich hatte und ja, es ist schon krass, was da drin steht, dass es eben dämonische Geister gibt, die auch Zeichen und Wunder tun können. Zeichen und Wunder. Zeichen und Wunder sind erstmal schön, schauen erstmal gut aus, ja, beeindrucken uns, ziehen uns mit, begeistern uns, ja, aber diese Wunder zielen direkt darauf ab, die Menschen vom Glauben in die, oder in der Finsternis zu halten oder wieder zurückzuziehen in die Finsternis. Und die haben das darauf angelegt und es wird diesen großen Endtag, diesen großen Tag wird es geben, wo sie aber eigentlich schon wissen, dass da Gott gar nicht lang rumfackelt an diesem Tag, ja, um das ganze Ängstliche vielleicht mal aus diesem Vers auch zu nehmen, an diesem Tag wird Gott nicht lange rumfackeln, das wird ein kurzes, schnelles Urteil sein und da wird kein langer Kampf sein, sondern er wird, sagen wir, jetzt ist Schluss, ja, aber dennoch versuchen sie, die großen und die, die in Leitungspositionen sind, wirklich mit ihren Lehren so irre zu führen, dass sie, dass so viele wie möglich in der Finsternis bleiben beziehungsweise in die Finsternis gezogen werden. Und das ist sowas, wo ich denke, hey, wenn wir das so im Hinterkopf haben, wie verändert sich da auch unser Lobpreis, wenn wir an das denken, was passiert in der unsichtbaren Welt, was gibt es da für Geister, die da wirklich ihr Ziel, ihr Hauptaugenmerk und die einfach nur dafür da sind, ja, um Menschen vom Glauben abzuhalten, von dem wahren, lebendigen Glauben an Jesus Christus. Und deswegen religiöser Geist, weil religiöser Geist ist kein wahrer, lebendiger Glaube, sondern der religiöse Geist ist ein toter Glaube. Der religiöse Geist der nimmt sich christliche Sachen her und besudelt die, ja. Der religiöse Geist ist mir auch jetzt gerade im Lobpreis so gekommen, das ist ein Geist, der keine Freude verbreitet, ja. Der religiöse Geist macht Glaube langweilig. Der religiöse Geist sorgt dafür, dass Glaube vielleicht lächerlich wirkt, ja. All so Dinge sind das, was der religiöse Geist bietet, wo er einfach sich aufmacht und genau das Gegenteil zu tun, was der heilige Geist tut. Ja, und das Gefährliche daran ist eben, dass es so ähnlich ist an diesen frommen Dingen, die uns Jesus ja auch vorgelebt hat, wo Jesus gesagt hat, das tut, das lasst, ja. selbst das Licht kopiert er ja, ja. Und er versucht so viele wie gesagt mitzuziehen und es sind eben wie gesagt verschiedene Geister und wenn man sich auch in der Bibel damit beschäftigt, hört man auch im Wort oder sieht man, kann man lesen, dass das Geist und den Mund schon Einflüsse auf den Körper haben, ne. Auf den Menschen, auf die Seele, aber auch auf den Körper. Sie können blind sogar machen, sie können stumm machen, sie können schwächen, sie können verstocken, alles mögliche. Also sie brauchen einen Körper, den sie wirklich maltrittieren können, genau. Aber wir lesen auch im Wort, dass viele Menschen auch besessen waren, ne, von Dämonen und da möchte ich noch einmal klar dazu sagen, dass Besessenheit eigentlich bei einem wiedergeborenen Menschen nicht sein kann. So, jetzt habe ich den Begriff aber wiedergeboren und das ist so wichtig, ja. Wiedergeboren bedeutet, dass man wirklich, ja, Jesus sein Leben gegeben hat, sich selbst verleugnet hat, einen Herrschaftswechsel begangen hat, ja. Das ist nicht einfach so, ja, Jesus ist cool, hey, wir gehen in eine coole Veranstaltung, da wird Jesus groß gemacht und ja und sondern da ist schon wirklich auch eine Ernsthaftigkeit dabei, wo man sagt, ja, so wie ich bisher gelebt habe, das war geführt von der Finsternis und das will ich nicht mehr. Ich will mich wirklich, ich will dieses alte Leben kreuzigen und ich will dieses neue Leben. Das ist Wiedergeburt und ich glaube wirklich, jeder, der von sich behauptet, dass er Christ ist, ja, muss wissen, was Wiedergeburt ist und muss das auch erklären können, was Wiedergeburt ist. Wenn du das nicht kannst, dann musst du den Herrn bitten, dass er dir das zeigt, dann musst du den Herrn bitten, dass er dich erlöst, weil dann ist noch nicht der letzte Schritt getan, ja, und wie gesagt, wenn du wiedergeboren bist, dann ist das Freiheit und dann ist da kein Dämon, der dich so besetzen kann, dass du nicht mehr Herr der Sinne bist und dass du Dinge tust, die dir leid tun, wie dieser Gebundene, wo wir vielleicht nächste Woche noch drauf kommen, und der mit Ketten gebunden werden musste, weil er so gewütet und getobt hat und so unhaltbar war. Warum? Weil wir dann das Siegel vom Heiligen Geist haben, ja, weil der Heilige Geist in unsere Herzen einzieht und der es nicht zulässt, dass da andere Geiste hier besetzen, so. Aber, dennoch, gibt es was, wo wir auch aufpassen müssen, die Jesus nachfolgen und das sind eben diese besagten Türen, wenn wir es immer so oft hören, da hat er eine Tür aufgemacht oder da ist eine Tür offen, ja, ja, wo ist denn da die Türe offen? In deiner Seele, in deinem Herzen, ja, da sind Türen offen, wo diese Geister eben ihr Werk treiben können und schon ein Stück weit dich beeinflussen können, ja, und, ja, es sind so drei Kategorien, die mir eigentlich so, drei bis vier Kategorien, die mir so wichtig geworden sind, wie gesagt, diese religiöse Geiste, was ja nicht nur einer ist, sondern es sind ja auch mehrere, ja, aber auch diese unreinen Geiste, die es gibt und natürlich auch den Geist der Welt und den Geist des Antichristen, ja, aber wie gesagt, da greife ich jetzt mal vor, nur, dass ihr schon mal wisst, wo die Reise hingehen wird, so ein Stück weit, genau, und mir ist es wichtig, dass wir es erkennen, ja, wir müssen es nicht unbedingt 100% sagen, das ist der Geist, ah ja, und das ist der Geist, ach, und der heißt so, das ist nicht, wir müssen uns nicht permanent mit Geister beschäftigen, ja, aber es ist wichtig, dass wir wissen, was tun sie, dass wir sie erkennen können und dass wir diese besagten Türen eben schließen, beziehungsweise dafür sorgen, dass die geschlossen bleiben, genau, und wenn wir Markus 16, 17 und 18 lesen, sehen wir auch, dass Jesus, wenn er seinen Missionsbefehl gegeben hat, auch immer gleichzeitig dazu den Auftrag gegeben hat, treibt Dämonen aus, ja, diese Zeichen aber werden die begleiten, die gläubig geworden sind, in meinem Namen werden sie Dämonen austreiben, sie werden in neuen Sprachen reden, Schlangen werden sie aufheben und wenn sie etwas Tödliches trinken, wird es ihnen nichts schaden, Kranken werden sie die Hände auflegen und sie werden sich wohl befinden, also Jesus war das sehr wohl auch bewusst, dass es Dämonen gibt, ja, und es war sehr wohl bewusst, dass da auch ein Kampf zwischen seinen Gläubigen und eben diesen Geistern ist und es war sein Auftrag, wenn er es sendet, dann sendet er mit diesem Auftrag, verkündet das wahre Evangelium und treibt aus und es war immer auch in Zusammenhang mit Heilung und immer in Zusammenhang auch mit Dämonenaustreibung. Wir können es auch in Matthäus 10,1, wo er dann speziell zu seinen Jüngern sagt, da rief er seine zwölf Jünger zu sich und gab ihnen Vollmacht über die unreinen Geiste, sie auszutreiben und jede Krankheit und jedes Gebrechen zu heilen. Also, Jesus rüstet, nicht nur, also er gibt nicht nur den Missionsbefehl, sondern er rüstet uns auch noch mit Vollmacht aus, was auch nur Jesus tun kann, wo wir uns auch nur von Jesus holen können, nur ganz anders her, ja, von dem wahren Jesus der Bibel, von keinem anderen und er sendet uns und wir sehen auch, also im Neuen Testament ist ja diese Dämonenaustreibung sehr viel und sehr oft, das gab es im Alten Testament eigentlich noch gar nicht, ja, also mit Jesus, mit seiner Geburt, mit seinem Wirken auf der Welt, mit seinem Tod, mit seiner Auferstehung, ist das mit hinzugekommen, dass wir da befähigt und ausgerüstet worden sind. Das ist ein Riesengeschenk und das ist eine riesige Waffe, die wir da in die Hand gekriegt haben und es ist so gut und dann lasst uns einfach mal sehen, wenn es die Jünger praktisch machen, ja, in Lukas 10, 17 bis 23 können wir lesen, also da hat Jesus diese 70 eben ausgesendet und die kehrten dann mit Freuden zurück und sprachen, Herr, auch die Dämonen sind uns untertan in deinem Namen. Da sprach er zu ihnen, ich sah den Blitz, ich sah den Satan wie einen Blitz vom Himmel fallen. Siehe, ich gebe euch die Vollmacht, auf Schlangen und Skorpione zu treten. Vielleicht ein kurzer Einschub, Schlangen und Skorpione, die Schlange steht für den Teufel, das wissen wir, und Skorpione steht oft eben auch für diese Dämonen, also für die Handlanger des Teufels. Also siehe, ich gebe euch die Vollmacht, auf Schlangen und Skorpione zu treten und über alle Gewalt des Feindes, alle, ja, auch wenn muss man mal nicht fühlen, haben wir gerade gesungen, du wirkst weiter, und nichts wird euch in irgendeiner Weise schaden, nichts, ja, doch nicht darüber freut euch, dass euch die Geister untertan sind. Gefahr, ja, wir überheben uns, yeah, jippie, boah, schaut her, ey, wir haben es drauf, da machen wir weiter und weiter und der nächste Dämon her mit, holen wir uns. Nein, freut euch nicht darüber, sondern freut euch lieber darüber, dass eure Namen im Himmel geschrieben sind. Und zur selben Stunde froh, lockt ihr Jesus im Geist. Auch das hat so eine Freude in Jesus hervorgebracht. Möchten wir schon kurz so einen kleinen Zeitsprung machen und da mal reinschauen, wie das ausgeschaut hat, wenn Jesus im Geist froh lockt. Aber er freut sich darüber, dass unsere Namen im Himmel geschrieben sind. Und er freut sich darüber, dass eben diese Dämonen und, also die Handlanger des Feindes uns eben nicht mehr beeinflussen können, wenn wir die Türen zumachen. Und er sprach, ich preise dich, Vater, Herr des Himmels und der Erde, dass du dies den Weisen und Klugen verborgen hast und es den Unmündigen geoffenbart hast. Ja, Vater, denn so ist es wohlgefällig gewesen vor dir. Und zu den Jüngern gewandt sagte er, alles ist mir übergeben worden von meinem Vater und niemand weiß, wer der Sohn ist, als nur der Vater. Und wer der Vater ist, weiß niemand, als nur der Sohn und wem es der Sohn offenbaren will. Und er wandte sich zu seinen Jüngern besonders und sprach, glückselig sind die Augen, die sehen, was ihr seht. Denn ich sage euch, viele Propheten und Könige wünschten zu sehen, was ihr seht und haben es nicht gesehen. Und zu hören, was ihr hört und haben es nicht gehört. Ich möchte den Text mal kurz ein bisschen auseinanderpflücken. Wir lesen am Anfang, dass Jesus der Auftraggeber ist. Er hat gesendet. Niemand anders. Jesus gibt den Auftrag. Mach das. Tu das. Tu das in meinem Namen. Und Jesus gibt nur jemandem den Auftrag, der auch wiedergeboren ist, so wie ich es gerade erzählt habe, der auch bereit ist, sein Leben für Jesus hinzugeben. Ja? Also, nimm es nicht mit Dämonen oder Geistern oder Sonstiges auf dich, wenn du nicht Jesus als deinen Herrn hast. Weil das geht früher oder später in die Hose. Ja? Es schaut vielleicht anfangs gut aus. Wir wissen, der Feind kann alles gut beschönigen und verdecken. Der religiöse Geist ist da voll gut dabei, dass er alles schmücken kann. Wunderbar. Aber irgendwann führt es einfach nur noch hinab in die Tiefe. Also, Jesus muss der Auftraggeber sein. Er muss der Herr in unserem Leben sein. Wir kennen auch bestimmt, haben die einen oder anderen jetzt die Stelle vor Augen, wo das welche gemacht haben, die versucht haben, im Namen Jesus auszutreiben und diese Geister haben sich lustig über sie gemacht und haben sie elendig hergerichtet. Die haben Jesus nicht als ihren Herrn gehabt. Und das ist maßgebend. Genau. Und dann haben wir eben diesen Punkt Freude, wo wir gerade gelesen haben. Die 70 kehrten mit Freude zurück. Ich meine, wenn man überlegt, wenn 70 Leute zwei zu zwei ausgesendet werden, die haben ein bestimmtes Ziel, die haben Orte angesteuert und wussten, hey, da wollen wir jetzt das Evangelium verkünden, da wollen wir dafür sorgen, dass Jesus groß gemacht wird. Da wollen wir sehen, dass Heilung passiert, dass Menschen frei werden. Und das 70 Leute ist wirklich alles gelungen. Also, da kann man sich schon, diese Freude kann man sich schon ein Stück weit echt vorstellen. Und man darf sich auch freuen, dass uns Geister eben nicht in die Mangel nehmen dürfen. Da darf auch eine Freude drüber sein, dass sie eben Jesus untertan sind. Aber wir müssen Jesus auch untertan bleiben. Das ist das ganze Geheimnis in der ganzen Sache. Und wir haben es gerade gelesen, über alle Macht. Also, deshalb auch noch einmal, es ist nicht so wichtig, dass ich weiß, das ist ein unreiner Geist, das ist der religiöse Geist, das ist der böse Geist, das ist der Geist, der Stummheit hervorführt, hervorruft. Das ist egal. Wir müssen es nur wissen, wir haben es da damit zu tun. Und wir können geblendet werden und können da ein Fallen reintappen. Und lasst uns darüber freuen, dass aber Jesus sagt, ich habe sie euch untertan gemacht. Den dritten Punkt, was ich zu diesem Abschnitt aufgeschrieben habe, ist, Satan ist wie ein Blitz vom Himmel gefallen. Das ist auch noch einmal so ein Satz, immer wenn ich den gelesen habe, ja wie jetzt? Ist er jetzt schon? Ist er jetzt schon? Weil eigentlich heißt es ja an anderer Stelle, er verklagt oben im Himmel. Zeitlich kriege ich es nach wie vor nicht auf die Reihe, aber Fakt ist, dass Satan vom Himmel fallen wird, beziehungsweise, dass das schon eine beschlossene Sache ist und dass er das Himmlische nicht mehr besudeln darf. Ja, dass das Eklige, das Böse, das Boshaftige einfach gerichtet ist und wie ein Blitz vom Himmel gefallen ist. Und auch das darf uns, wenn wir im Kampf stehen, uns immer bewusst sein, er ist wie ein Blitz vom Himmel gefallen. Und wir können da eben, nächster Punkt, mit Vollmacht reagieren. Auch das ist wirklich wichtig, dass wir das wissen, dass Jesus uns mit Vollmacht, er hat uns nicht als Weisen zurückgelassen, im Gegenteil, er hat uns ausgerüstet mit einer übernatürlichen Kraft, die wir auch nicht immer spüren. Und die wir vielleicht auch, selbst wenn wir mal merken, wir haben es jetzt mit einem Geist zu tun, wo wir denken, boah, da waren wir jetzt gerade nicht so siegreich. Aber die Vollmacht ist dennoch da, die Vollmacht Jesu. Und wenn er sagt, dürfen wir uns darauf stützen, dass wir auf Schlangen und Skorpione treten. Und uns das immer wieder vor Augen rufen. Und der fünfte Punkt, wie gesagt, den habe ich aber gerade schon angeschnitten, was ich mir aufgeschrieben habe, ist, unser Hauptaugenmerk soll nicht auf die Dämonen gerichtet sein und nicht auf die Geister, denn sonst schnappen wir irgendwann rüber. Das geht nicht gut aus, weil da kann man wirklich von der anderen Seite vom Pferd fallen und in allem den Dämonen sehen und ich habe Schnupfen, das ist jetzt ein böser Geist. oder mir passieren andauernd irgendwelche Fehler, das ist jetzt bestimmt irgendein Geist, der mich da, vielleicht ist es einfach nur meine Dummheit manchmal, kann ja auch sein. Also nicht in allem und jedem einen Geist oder einen Dämon sehen, das ist mir echt wichtig. Weil ich merke schon auch, wenn man sich da damit beschäftigt und sich dann auch ein bisschen reinliest und es geht immer wieder so oh und das Dunkle und was waren die und wie und oh und ja und ja, aber es muss immer das Helle, das Licht dagegen stehen, das Große, Gott groß zu machen, nicht die Dämonen groß zu machen, Gott groß zu machen. Genau und eben dieses Wichtige, dass Jesus alle Herrschaft gegeben ist vom Vater. Jesus ist alle Herrschaft gegeben, Halleluja. Und das hat man gesehen, als er am Kreuz gehangen ist und das hat man gesehen, als er wieder aufgestanden ist und das hat man gesehen, wie er in den Himmel gefahren ist und das werden wir wieder sehen, wenn er wieder kommt. Aber es ist die Wahrheit. Und dann steht ja hier, er wandte sich noch mal besonders an die Jünger. Also wenn Jesus sich noch mal besonders an die Jünger wandte, dann ist es auch wert, dass wir da noch mal besonders drauf schauen auf das. Da stand nämlich, glückselig sind die Augen, die sehen, was ihr seht. Denn ich sage euch, viele Propheten und Könige wünschten zu sehen, was ihr seht und haben es nicht gesehen und zu hören, was ihr hört und haben es nicht gehört. Ja, was ist das? Jesus. Ja. Wir haben Jesus, die haben Jesus gesehen und wir sehen Jesus. Ja. Wir sehen Jesus. Wenn wir wiedergeboren sind, sehen wir Jesus. Und dann hören wir, was Jesus sagt. Ja. Und der ist glückselig, der das sieht und der das hört. Ja. Also unsere Identität in Jesus ist auch maßgebend beim Kampf gegen die Geister und gegen die dämonischen Einflüsse. Genau. Also jetzt habe ich es jetzt mal mehr so allgemein gesagt, aber ich habe ja gesagt, heute geht es mehr so um den religiösen Geist. Und ja, bei der Vorbereitung ist mir einfach so wichtig geworden, den religiösen Geist irgendwie ein bisschen zu beschreiben zu können und wo findet man denn in den Bibel den, wenn man jetzt schon nicht mit dem Namen der religiöse Geist findet. Und als allererstes kamen mir die Schriftgelehrten und die Pharisäer. Warum? Weil das Menschen waren, die das Wort Gottes kannten. Und die das aber verdreht haben und die die Freude nicht mehr hatten, die die Liebe zum Herrn nicht hatten, die eben nicht gesehen haben und nicht gehört haben. Und das beschreibt auch so den religiösen Geist wieder im Großen und Ganzen. Also wenn man uns die Pharisäer ansieht, kann man ganz viel über den religiösen Geist erfahren und kann dann aber auch wiederum sehen, was Jesus da davon gehalten hat. Und deswegen kriegt er auch bei mir so einen großen Platz hier. Weil Jesus da echt keinen Spaß mit denen verstanden hat. Ihr könnt in Matthäus 23,13 lesen, Aber wehe euch, ihr Schriftgelehrten und Pharisäer, ihr Heuchler, dass ihr das Reich der Himmel vor den Menschen zuschließt. Ihr selbst geht nicht hinein und die hinein wollen, die lasst ihr nicht hinein. Also das beschreibt auch nochmal dieses Wesen der religiösen Geister, was ihr Plan, was ihr Ziel ist. Und das passiert mit Heuchelei, das passiert mit großen Worten, das passiert mit einer großen Kenntnis vom Wort. Aber das Urteil ist über diese Menschen schon gesprochen. Jesus sagt, ihr kommt selbst nicht in das Himmelreich. Und warum wird er so sauer auf die? Weil sie maßgeblich dafür verantwortlich sind, dass Menschen da nicht hineinkommen. Und deswegen geht Jesus da nicht sanftmütig damit um. Im Vers 14 könnt ihr dann lesen, dass die Witwen eben schlecht behandelt werden und so weiter. Und daran sieht man, um wen kümmern sich die Schriftgelehrten und die Pharisäer? Um sich selber. Das ist der religiöse Geist. Der kümmert sich um dein Ich. Es geht um mich. Genau. Es dreht sich alles nur um mich. Und alles andere ist zweitrangig. Oder da versuche ich noch irgendwie ein bisschen was rauszuholen, was mir wieder dient. Und das hat Jesus ganz arg verurteilt. Wir können im Vers 25 auch lesen, dass er möchte, dass sie eben nicht erst das Äußere reinigen und dass das Innere schmutzig bleibt. Auch wieder so ein großes Merkmal. Das Äußere sieht wow aus. Das ist anziehend. Und die können große Reden schwingen. Boah, da kann man gut zuhören. Wenn der predigt, dann boah. Das ist ja der Hammer. Aber das Innere. Das Innere vernachlässigen sie. Und in das Innere kann man nicht immer gleich reinschauen. Und das ist aber Jesus wichtig. Er sagt, wo ist die Annahme, wo ist die Herzlichkeit, wo ist das Sehen der Not? Wo ist die Bereitschaft zur Buße? So der religiöse Geist sagt, du brauchst dich nicht verändern. Bleib so wie du bist. Der religiöse Geist ist dafür zuständig, dass du nicht in die Tiefe gehen kannst, weil er sagt, das passt schon alles so. Hauptsache, die Hallen werden gefüllt, aber wir müssen nichts ändern. Wir müssen gucken, dass die Leute einfach sagen, ja Jesus, du bist mein Herr, ich gehöre zu dir und dann passt es schon. Der Rest kommt dann irgendwann von alleine. Aber das Reinigen und das Bestreben nach einem reinen Herzen, das bleibt bei religiösen Menschen auf der Strecke. Bei Menschen, die sich dem Geist eben ausgeliefert haben. und das ist so furchtbar ansteckend. Das ist so, Religiosität kann so furchtbar ansteckend sein und ich glaube auch, dass das ein Grund ist, warum Jesus da nicht glimpflich mit denen umgegangen ist. Genau, weil es einfach auch das Vertreten von einer Totenreligion ist. Wir alle wollen eine lebendige Liebesbeziehung zu unserem Herrn haben, aber der religiöse Geist verhindert es. Ja. Und wo kommt es jetzt her? Was ist jetzt die offene Tür? Die offene Tür ist, vielleicht kannst du der eine oder andere schon selbst nicht mehr hören, ist aber wirklich der Ungehorsam. Der Ungehorsam dem Wort Gottes gegenüber. Ich höre was im Wort Gottes. Der Heilige Geist wirkt ja, er zeigt uns ja Dinge. Und wenn ich mich penetrant dagegen wäre, das versuche auf eine andere Art und Weise mir wieder zurechtzulegen, dass es wieder für mich passt, ja, dann bin ich ungehorsam. Und irgendwann hört der Heilige Geist auch auf zu reden, ja. Ein ungehorsames Herz, da wird auch der Heilige Geist irgendwann nicht mehr reden, ja. und das ist ganz wichtig zu wissen, wenn wir an die Wurzel ran wollen, bei uns selber, bei den Menschen um uns herum. Weil es geht immer mit Ungehorsam los. Wir sehen das in der Bibel ganz, ganz oft, es geht immer mit Ungehorsam los. Beispiel König Saul, der erst berufen wurde, von Gott eingesetzt wurde. Was war es? Der Ungehorsam. Er war ungehorsam und dann ging es los. Und wir können später lesen, dass ihm ein böser Geist immer wieder befallen hat, ja. Das war vorher nicht. Der Ungehorsam war die Wurzel und durch den Ungehorsam betrügt man sich selber. Durch den Ungehorsam schaffen wir das so wirklich, uns Dinge so aus dem Wort sogar herzuleiten, dass es unsere Situation bestätigt. Und das ist das Türkische eben am religiösen Geist, ja. dass man schon auch das Wort nehmen kann, ja. Aber man kann das so aus dem Kontext ziehen und so verzerren und verdrehen, dass es für einen die Wahrheit ist und man bedrückt sich selber dabei. Und das ist das ganz, ganz Gefährliche. Und dann will man natürlich auch noch andere damit reinziehen, weil so allein dazustehen mit seiner Wahrheit ist ja auch blöd, ja. Deshalb sucht man sich ja auch Komplizen. Das ist auch so ein Merkmal vom religiösen Geist. Da muss doch noch jemand geben, der das genauso sieht wie ich. Da kann ich doch noch jemanden überzeugen, der mit mir den Weg geht, so quasi. Ja, also das sind so Merkmale. Ungehorsam. Dann geht's weiter. Ich betrüge mich selber. Ich stelle mich gegen die Wahrheiten Gottes. Ich versuche das zu rechtfertigen, ja. Mein Verhalten, was daraus dann entsteht, versuche ich zu rechtfertigen. und damit sind die Türen auf. Und das ist nicht nur eine Türe, sondern das sind mehrere Türen, ja. Und dann kann er arbeiten, der Heilige Geist. Dann kann er weiter besudeln, dann kann er weiter die Herzen verstocken, dann kann er weiter Wahrheiten in Lüge verwandeln, ja. Heiliges besudeln, das Wort aus dem Kontext reißen, verdrehen und verführen und verlocken, was natürlich für jeden Geist ein Merkmal ist, dass er verführt und lockt. Und ich glaube so beim Nachsinnen, das größte Ziel vom religiösen Geist ist es, dass er uns von der Nachfolge abrennen will. Danke. Habe man schon gedacht, was ist das für komisches Geräusch mittlerweile? Ja. Dass er uns von der Nachfolge abhalten will. Das ist so das große Ziel vom religiösen Geist. Die wirklich wahre Nachfolge von dem Jesus der Bibel. Wie er wirklich ist. Und somit uns verhindert, geistlich zu reifen und zu wachsen. Ja, es gibt viele Beispiele, wo ich gerade schon gesagt habe, er nimmt das Heilige und besudelt das. Ich habe mich mal ein bisschen in ein Buch reingelesen gehabt, schon ein bisschen vorher, wo ich nur ein Beispiel geben will, wo man einfach Christliches nehmen kann, was man erst mal gut ist, was erst mal sich auch gut anhört, wo man eigentlich erst mal gar nichts dagegen sagen kann, aber wenn man sich mehr damit beschäftigt, sieht man, dass es eigentlich nur eine Kopie ist und nur ähnlich, aber wirklich in die andere Richtung geht. Und man hört es jetzt immer mehr, dass die Leute so in die Klöster gehen und da gibt es ja so bestimmte Sachen, die man da machen kann. Da gibt es zum Beispiel Schweigeexerzitien oder Dinge, die sich Kontemplationen nennen, ich wusste das vorher eigentlich auch und alles und habe mich da weiter mal beschäftigt, was das eigentlich bedeutet und weil im Grunde genommen ist es ja mal gut innezuhalten, mal gut sich auf Gott auszurichten, was ja über dem Ganzen so wirklich steht, das ist ja gut. Aber wenn man sich mit diesen Praktiken beschäftigt und mal wirklich hört, das sind ja quasi Reisen ins Ich, die man da macht, ja. Du lachst schon, ja, Reise ins Ich und da suche ich Gott, in meinem Inneren suche ich Gott. Und das gibt mir dann wieder Schub und Genugtuung und gutes Gefühl und danach geht es mir wieder super gut. Wo ist der Fehler? Also diese Reisen ins Ich, ins Innere, kommt ja extrem aus der Esoterik, ja, extrem, kann hier bestätigt werden, wo ich sehe, ach Mann, sage ich da, ja, das sind Menschen, die wollen mehr von Gott, ja, und lassen sich das so aufs Glatteis führen, weil in mir drin ist nichts Gutes. Da kann ich Gott nicht finden, ja, da kann ich das Göttliche, ich habe nichts Göttliches in mir, außer wenn der Heilige Geist in mein Innerstes einzieht, aber dann brauche ich nicht in mein Innerstes Reisen, um den zu finden, sondern dann reise ich ins Wort und finde da, ja, und nur einfach zu sehen, wie der religiöse Geist da arbeitet, ja, der sagt jetzt nicht, das ist Esoterik, der sagt nicht, das ist Zauberei, nee, das geht von was Christlichem aus, da gibt es Jesus-Gebete, ja, die aber einen komplett anderen Jesus meinen, die aber auch das komplett außen vor lassen, hey, du musst dein Innerstes reinigen, weil die, die ins Innere reisen, die vergessen, das Innere zu reinigen und dann dauert es nicht lang, hast du wieder das gleiche Problem wie vorher und hast aber noch ein paar Geister mit eingeladen, ja, weil die natürlich da dann offene Türen haben, deswegen es ist so gefährlich und ich kriege das so mit, dass das so überhand nimmt in der Welt und das tut mir echt leid und ich bete, dass da wirklich Gott kommt und da wirklich Klarheit schafft, weil du merkst, wenn du dieses Thema ansprechen möchtest, fühlen sich die Menschen verletzt, das ist Zeichen des religiösen Geistes, verletzt, du greifst da quasi sie an, ja, und die fühlen sich selber total angegriffen dann und das sind so, wie gesagt, das Gefährliche und das Gemeine und Fiese an diesem religiösen Geist, wo man einfach sehen muss, das ist nicht das, was der Heilige Geist uns gibt. Der Heilige Geist liebt es, wenn wir uns selbst verleugnen, der religiöse Geist hasst es, wenn wir uns selbst verleugnen. Der Heilige Geist möchte, dass wir unser Inneres reinigen. Der religiöse Geist schaut darauf, dass es äußere blitzeblanke ist. Er betrügt dich, er richtet, er verurteilt und er hindert den Menschen, dass er in die Tiefe geht. Und das macht er ganz schön listig und schlau alles. Er sorgt dafür, dass man sich seelisch verhält und nicht geistlich. Weil selbst wenn jemand was sagt und sagt, prüft es doch mal, ob du da richtig bist. Was ist denn der richtige Umgang damit? Ist es Verletzung zurückziehen und sauer sein? Oder ist der richtige Umgang damit, ja, ich prüfe es im Wort, ich frage den Herrn, ja, ist das nicht der richtige Umgang? Also schon allein da können wir doch schon mal gucken, fühle ich mich da jetzt in meiner Ehre angekratzt? Da stimmt doch irgendwas nicht, oder? Es geht doch darum, wie Gott möchte, dass wir glauben, nicht wie wir glauben, definieren. Und ich habe eine Predigt vom Derek Prinz gehört und er hat so einen coolen Satz gesagt, den zitiere ich jetzt, wo viel Fleisch, das sind viele Geier, hat er gesagt. Also wo viel Fleisch, wo viel seelisches ist, wo viel ist, was ich will, was ich gut finde, meine Meinung, meine Rechtfertigung, ich, meiner, mir, das sind viele Geier und die Geier sind die Dämonen, hat er gesagt. Und wenn viel Fleisch da ist, dann können sie sich drauf stützen. So, was ist unser Ziel? Wir wollen nicht viel Fleisch darbieten. Wir brauchen den Heiligen Geist und dann sind da auch keine Geier da. Das fand ich so sinnbildlich, das tut einem so gut, mal so bildlich zu sehen. Ja, dass eben hast du viel falsche Liebe. Falsche Liebe, falsches Mitleid. Ja, die Pia hat über die Jungfrauen gepredigt mit dem Öl. Die hat gepredigt und hat gesagt, ja, was war denn, die waren doch lieblos, die so genügend gehabt haben, die hätten doch denen anderen noch was abgeben können. Das meine ich mit falscher Liebe. Die waren vorbereitet, die haben sich vorbereitet und jeder kann sich nur für sich selber vorbereiten Jeder ist in seiner eigenen Verantwortung und es wäre falsche Liebe zu sagen, ja gut, dann gebe ich dir halt meins. Ich habe mich besser vorbereitet, kannst von mir was abhaben, dann wird es für dich nicht reichen, Punkt. Falsche Liebe, falsches Mitleid, religiöser Geist steht drüber und das ruft Kälte hervor, das ruft Verbitterung hervor, es entfremdet und sorgt dafür, dass man eigene Qualitäten verfolgt Selbstverwirklichung und so weiter. Zeichen von Religiosität ist oft auch Rivalität. Ich will mich messen, der Heilige Geist sagt, mess dich doch, schau mal, das kannst du doch besser wie der, oder? Das ist auch ein ganz großes Indiz für einen religiösen Geist. Er wird in der Endzeit oder jetzt in der letzten Zeit mit religiösen Getät dazu führen, dass viele Männer und Frauen, die Macht haben, wirklich in große Positionen kommen und die dann auch wieder andere, auf die gehört wird, auf die gehört wird, wo man sagt, wow, die haben was zu sagen und wow, denen folgen wir nach und das wird es sein, was Jesus sagt, ihr redet und schließt den Himmel zu. Ihr könnt es in Matthäus 23, 13 lesen, den habe ich mir jetzt gar nicht rausgeschrieben, ja, eben doch, dass ihr das reichte Himmel vor den Menschen zuschließt und selbst geht ihr nicht hinein, magst du dir mal den Vers 28 bitte auch noch? so erscheint auch ihr äußerlich vor den Menschen als gerecht. Inwältig aber seid ihr voller Heuchelei und Gesetzlosigkeit. Also auch dieses, wow, die Menschen meinen, das ist wahr, was die sagen. Das ist gerecht, was die sagen. Alles hervorgerufen durch eine Religiosität. Und es werden am Ende, wie gesagt, welche auftreten, die große Zeichen und Wunder tun, aus einer Religiosität heraus. Und in der Bibel werden wir sehr gewarnt davor. Jesus sagt im 2. Korinther, oder ja, sagt Paulus, geleitet durch den Heiligen Geist, 2. Korinther 11, 4, Denn wenn der, welcher zu euch kommt, einen anderen Jesus verkündigt, den wir nicht verkündigt haben, oder wenn ihr einen anderen Geist empfangt, den ihr nicht empfangen habt, oder ein anderes Evangelium, das ihr nicht angenommen habt, so habt ihr das gut ertragen. Das ist an die Korinther geschrieben, eine gläubige Gemeinde. Die haben es gut ertragen, ein anderes Evangelium, sie haben einen anderen Geist empfangen. Also hier sehen wir, dass das schon möglich ist, auch wenn man gläubig ist. Auch wenn man Jesus kennt. Und es raubt einen an dieses unbeschwerde Vertrauen an Jesus, das raubt einen diesen reinen Glauben. Wir können das gleiche noch einmal in 2. Korinther 11, 13 bis 15 lesen. Denn solche sind falsche Apostel, betrügerische Arbeiter, die sich als Apostel des Christus verkleiden. Und das ist nicht verwunderlich, denn der Satan selbst verkleidet sich als ein Engel des Lichts. Es ist also nichts Besonderes, wenn auch seine Diener sich verkleiden als Diener der Gerechtigkeit. Also hier haben wir es nochmal schwarz auf weiß, dass es einfach aus christlichen Bereichen herauskommen wird. Wo Jesus warnt, wo Gott uns warnt, wo Gott sagt, bleib nüchtern. Haltet daran fest, was im Wort steht. Wir haben in der Bibel so viele Personen, wo wir wirklich gute Beispiele sehen, ob man jetzt vom Heiligen Geist geleitet ist oder von einem anderen Geist. Und mir ist es auch nochmal so mit dem Josef bewusst geworden, ich möchte es auch so herausstellen, wenn man vom Heiligen Geist geleitet ist, dann sind die Umstände und der Ort zweitrangig. Ja, der Josef war im Gefängnis, der war in der Sklaverei, jahrelang. Und er hat trotzdem immer Gott gedient, er hat Träume gedeutet, er hat mit dem Heiligen Geist zusammengearbeitet. Also wer mit dem Heiligen Geist zusammenarbeitet, wer sich vom Heiligen Geist leiden lässt, der macht sich nicht abhängig von Umstand und Ort. Ja, Vers Saulus, der sich eben nicht vom Heiligen Geist hat leiden lassen. Dann haben wir einen Stephanus, auf den sind die Brocken von Steine geworfen worden. Ja, nochmal, Umstand und Ort. Er war geleitet vom Heiligen Geist und hat angefangen zu beten und der Himmel hat sich ihm geöffnet. Ja, ein Saulus, wo wir eine Verwandlung im Wort sehen von einem religiös geleiteten Menschen zu einem Heiliggeist geleiteten Menschen. Ja, und deshalb lohnt es sich, den Paulus nochmal kurz genauer anzuschauen. Oh je, okay. Ja, es ist zwölf Uhr, Leute. Ja, im Paulus machen wir noch kurz. Ich mach's schnell. Das ist das religiöse Geist haben wir jetzt. Okay. Ja, einfach der Paulus Saulus war ja Rabbi. Er war im Wort und Schrift gewandt. Ja, was ich alles vorher schon erzählt habe. Ja. Ja, der kannte die Schriften in- und auswendig. Ihr könnt es nachlesen im Wort. Ich mach's kürzer. Er war ein Eiferer für die Überlieferungen. Ja. Ein Eiferer für die Überlieferungen. Also hier sehen wir genau die ganze Religiosität. Er hat das alles abhaken können. Ja. Er war sauber außen. Aber sowas von sauber. Aber was führt Religiosität? Er hat die Gemeinde Jesu gehasst. Drohnen und Schnauben können wir lesen im Wort. Ja, dass er das mit Drohnen und Schnauben verfolgt hat. Er war dabei, wo Stephanus, oder zumindest war er mit beteiligt, wo Stephanus gesteinigt wurde zu Tode. Und er hat sich darüber gefreut. Der hat die Kleidung von Stephanus gekriegt. Das war wow. Und dann ist er noch mehr losgegangen. Also hier sehen wir wirklich, wow. Da war der religiöse Geist echt am Schaffen und am Machen. Er schnaubte Drohung und Mord. Also hier sehen wir auch wieder, er will die Nachfolge Jesu vermeiden. Ja. Aber das Gute ist, der Saulus wurde ja zu Paulus. Aber wie wurde das, wie ist das möglich gewesen? Wie ist das möglich gewesen? Er hat eine Offenbarung von unserem Herrn Jesus Christus gebraucht, ja. Und das können wir in Apostelgeschichte 9, 3 lesen. Dass das Licht Jesu ihn umstrahlt hat. Und das wünsche ich mir so sehr für die Menschen, die so tief in Religiosität drinstecken. Dass das Licht Jesus sie umstrahlt. Weil da muss auch unser Gebet hingehen, weil mit überzeugenden Worten werden wir ihnen nicht helfen können. Ja. Das Jesu Licht muss sie umstrahlen. Sie müssen eine persönliche Berührung im Herrn haben. Was wir ihnen nicht erzählen können. Ja. Was wir ihnen, ja, nicht, ja, sie müssen es selber erleben. Ja. Und was hört er? Er hört die Stimme Jesus. Im Vers 5 hören wir, Ich bin Jesus, den du verfolgst. Den du verfolgst. Religiöse Menschen verfolgen Jesus. Ja. Und es brauchte eine dreitägige Blindheit. Drei Tage hat er nichts gegessen und nichts getrunken. Ähm, und dann war das eine absolute Kehrtwende, was Paulus da passiert ist. Ja. Was hat er gemacht? Er hat komplett die Kontrolle abgegeben. Dieser Paulus, der so ein Vorreiter war, der so in der Machtposition war, wo es jetzt wirklich nur noch steil bergauf gegangen ist, war blind, hat drei Tage nichts gegessen, nichts getrunken, nur weil ihm, nur weil ihm Jesu Licht umstrahlt hat, nur weil er, weil Jesus zu ihm gesagt hat, warum verfolgst du mich? Ja. Und das hat in ihm hervorgerufen. Ich glaube, dieses Bewusstsein, boah, ich habe Jesus verfolgt. Ja. Dieses Bewusstsein, boah, eigentlich habe ich ja mich gegen Gott gestellt mit allem, was ich getan habe. Ich wollte alles für ihn tun. Ich wollte mit ihm gehen. Ich wollte, ja, ich wollte dafür sorgen, dass alle das glauben, was ich auch glaube. Ja. Und er sagt, ey, eigentlich hast du alles gemacht, was gegen dich war. Und das hat ihn so auf die Knie getrieben. Das hat so gezeigt, bei Paulus sehen wir, wie es wirklich eine wahre Umkehr vonstatten geht. Er hat sofort gesehen, nein, so kann es nicht weitergehen. Er hat sofort Dinge, Schritte dann eingeleitet und hat gesagt, ja, das wird jetzt alles anders laufen. Es tut mir leid, ja. Und wir wissen, dass es am Anfang nicht leicht hatte, weil er Verfolger der Gemeinde war. Und er musste sich seinen Ruf in der Gemeinde erstmal wieder, ne. Aber er hat sein Innerstes gereinigt. Paulus hat in diesen Momenten sein Innerstes gereinigt. Seine Augen wurden geöffnet, seine Ohren wurden geöffnet. Und er hat jegliche Arroganz und Überheblichkeit abgelegt. Ja. Blind war er. Er musste geführt werden. Er musste geführt werden. Ja. Er war nicht mehr der Führer, ja. Und, ja, das darf uns auch ermutigen, dass auch Menschen, die stark verstrickt sind, dass da auch Freiheit kommen kann. Wenn sie bereit sind, wirklich zu sagen, wow, ja, ich möchte den wahren Jesus kennenlernen. Vielleicht habe ich einen anderen Jesus. Oder habe ich mich überhaupt schon mal um Jesus gekümmert? War mir Jesus überhaupt schon mal wichtig? Ja. Das ist das Mittel, wo Religiosität wirklich abfallen kann und wo eine lebendige, feurige Beziehung passieren kann. Und wir sehen auch in manchen Schriftstellen, dass auch Schriftgelehrte Jesus zugehört haben. Und bereit waren, ihr Leben für ihn zu geben. Ja. Ein Nicodemus zum Beispiel, ja. Der bereit war, Jesus einzuladen und ihm zuzuhören, ja. Dieses Jesus zuhören, seine Worte hören. Das ist das, was in die Religiösität hineinkommt und was das Tode wirklich lebendig macht, ja. Ja. Ich möchte euch die Frage stellen. Oder ich möchte, dass ihr euch die Frage stellt. Wo ist bei mir noch eine offene Tür für den religiösen Geist? Wo könnte ich noch blind sein? Wo ist ein blinder Fleck? Wo ist bei mir vielleicht schon Kaltherzigkeit gewesen? Oder hat Kaltherzigkeit sich schon breit gemacht? Wo bin ich kurzsichtig? Fragt Jesus. Geht zu Jesus. Lasst das Licht euch echt strahlen und hört auf seine Stimme. Denn wir brauchen es so sehr in der letzten Zeit, dass wir jede falsche Religiosität ablegen. Wir haben es jetzt gehört durch nur ein paar Beispiele, wie fatal das enden kann, ja. Und wir haben es immer wieder auch schon gesehen, wie Menschen, wo wir dachten, wow, die hat der Heilige Geist so benutzt und mit denen ist es so. Dann plötzlich abgefallen sind. Und ich glaube, da ist der religiöse Geist wirklich maßgeblich dafür. Weil er dafür gesorgt hat, dass sie auf sich selber wieder gehört haben. Ihre eigenen Maßstäbe. Ihre eigenen Götter waren, ja. Und ich lehne mich jetzt weit aus dem Fenster, aber ich sage, wir haben alle noch ein Problem im religiösen Geist. Alle. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir fragen, wo? Wo kriegt der bei mir noch eine offene Tür? Ich will sie zumachen, ja. Fragt es echt den Herrn. Denn wir wollen ja alle auch reifen, ja. Und das will der religiöse Geist nicht, ja. Ja. Ich glaube, das wäre jetzt zu schade, das alles noch so schnell, schnell abzuhandeln. Und ich ende jetzt einfach wirklich mit dieser Frage, die ich euch ans Herz lege. Stellt im Heiligen Geist die Frage, wo ist bei mir noch der religiöse Geist am Bergen? Wo hält mich der religiöse Geist noch ab? Was zu hören, was du mir schon lange zeigen willst. Weiterzugehen, zu wachsen, zu reifen. Wo macht er mich kalt, ja. Wo macht er mich lau und träge. Ja, ich würde mit dieser Frage echt gern schließen, nicht starten. Ihr dürft mit dieser Frage starten. Ja, und danke dir, Herr. Dass dein Zeitraum irgendwie anders ist wie meiner, Herr. Aber es ist gut so. Und ich danke dir für dieses Wort. Ich danke dir, dass du der Herr über allem bist. Und im Endeffekt hast du das letzte Wort, Herr. Und ich danke dir, dass wir gewappnet sind mit der Munition, die du uns gegeben hast. Danke, dass wir gewappnet sind gegen die religiösen Geister. Ja, gegen Religiosität. Wir wollen niemanden verdammen oder uns über irgendwas erheben, Herr. Aber wir wollen deiner Wahrheit folgen. Und wollen uns nicht abhalten lassen von der Nachfolge. Wir wollen weiter wachsen und dich mehr und mehr kennenlernen, wie du wirklich bist. Und wie Gott, der Vater im Himmel, wirklich ist. Und zu seiner Ehre leben, Herr. Und ich danke dir, dass du, ja, auf diese Frage wirklich Antworten hast. Und dass du uns da in Freiheit führst. Ich danke dir, dass du, ja, die ganze Woche jetzt uns wirklich da begleitest. Und wir da, ja, von dir geführt werden, von deinem Heiligen Geist. Weil du uns nicht als Waisen zurückgelassen hast. Und dass du wirkst, dass du auch nächste Woche weiterwirken wirst. Und, ja, das ist dazu dient, dass wir heranreifen. Dass wir nicht stehen bleiben, wo wir sind. Sondern, dass wir unsere Dritte tief in deine Fußstapfen einsenken. Amen. Amen.